Oh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Moment, jetzt gucken wir mal, dass wir auf die richtige Slide kommen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mag München gerne, ich bin viel zu selten hier, stelle ich immer wieder fest. Ich komme aus Köln, ich sage mal die schönste Stadt am Rhein. Gibt es ja auch manchmal Streitigkeiten darüber. Aber worüber ich heute mit euch spreche, ich meine, ihr habt es eben gehört, ich bin Aktivist, also das ist tatsächlich so mein Lebensinhalt, also Transaktivist. Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen können, habe das große Glück gehabt, da eben auch die Möglichkeiten für mich nutzen zu können. Und möchte einfach wirklich in allen möglichen Belangen, besonders eben natürlich in der Arbeitswelt, zeigen, wie schön Vielfalt sein kann und wie viel Spaß es machen kann. Und das gerade auch in der Kommunikation, wo ja viele Menschen, sage ich mal, auch so ein bisschen Angst haben, vielleicht etwas Falsches zu sagen. Und dann aus der Perspektive, aus dieser Angst, etwas Falsches zu sagen, oftmals lieber gar nichts sagen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich würde sagen, das ist nicht die beste Möglichkeit. Und das, was ich gerne mit euch heute besprechen möchte, ist eben, wie man Sprache bzw. Kommunikation als Ganzes nutzen kann, um eben auch inklusiv zu sein. Ich meine jetzt für mich natürlich als Transperson, das heißt, um das Verständnis für euch da zu klären, bei meiner Geburt wurde ich erstmal dem weiblichen Geschlecht zugeordnet und habe aber eben für mich in meinem Lebensverlauf festgestellt, ja huch, das passt ja gar nicht so richtig und habe das eben dann auch entsprechend für mich korrigiert. Und das ist ja momentan natürlich auch das Thema des Genderns, kommt ja immer wieder auf und das sind ja auch immer wieder dann die Fragen, wie macht man es denn richtig, macht man es denn überhaupt? Wenn man es macht, verscheucht man denn dann nicht womöglich andere Leute damit? Und genau das möchte ich eben, wie gesagt, mit euch heute ein bisschen besprechen und deswegen geht es um eben Diversity in der Unternehmenskommunikation. Aber keine Sorge, es geht nicht nur ums Gendern, es gibt auch noch andere Themen, die wir besprechen. Denn wenn wir uns tatsächlich Vielfalt erstmal anschauen, denn, also ist ja oftmals so dieser Gedanke, naja, Vielfalt, da geht es ja nur um den Regenbogen. Und dann habe ich auch schon häufiger mal gehört, naja, wenn es jetzt hier halt eben, wenn wir jetzt irgendwie was zum Pride machen für die queeren Menschen, also für all jene, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans, intersexuell oder aromantisch irgendwo verorten, wo ist denn mein Hetero-Pride? Habe ich tatsächlich schon gehört. Ich denke, ich komme aus Köln, wir haben zweimal im Jahr die größte heterosexuellste Parade in der Stadt, die gibt es auch an anderen Orten, nämlich der Karneval. Deswegen, das gibt es alles. So, und wenn wir uns aber jetzt tatsächlich Vielfalt mal richtig anschauen, da geht es nicht nur um Migration, da geht es nicht nur um die Gleichstellung von Frauen, da geht es nicht nur um Thema LGBTQIA+, nämlich den Regenbogen. Das ist alles die Vielfalt. Wir müssen, wenn wir uns Vielfalt anschauen und wirklich Vielfalt aus, wie man es nennt, intersektional, also ihr müsst euch das vorstellen wie eine Kreuzung, wo aus unterschiedlichen Richtungen eben ganz viele Dinge dann auf dieser Kreuzung zusammenkommen. Denn ich stehe jetzt nicht nur hier als queere Transperson, ich stehe hier auch als Kind einer ArbeiterInnenfamilie. Das, was ich geschafft habe mit meiner Dissertation, ich meine, 95 Prozent der Arbeit sind gemacht, ich darf mich hoffentlich irgendwann dieses Jahr noch Dr. Max nennen, das ist eine zweiprozentige Chance, weil niemand in meiner Familie studiert hat, geschweige denn, niemand in meiner Familie Abitur gemacht hat. Soziale Herkunft, soziale Klasse ist gerade im Bezug zu Vielfalt, das betrifft so viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft. Dann aber auch darüber hinaus, was bringen wir mit, also wer ist denn auch zum Beispiel, also Familienstand, Beziehungsstatus, als aber auch Wohnsituation. Miete ich ein Haus? Habe ich ein Haus, das mir gehört? Oder habe ich womöglich eine prekäre Lebenssituation, dass ich vielleicht irgendwo in einem WG-Zimmer wohne, wo ich noch nicht mal mich anmelden kann, weil gerade in Berlin zum Beispiel, ich habe lange in Berlin gewohnt, da wurden tatsächlich Meldeadressen verkauft, weil Leute keine Wohnorte hatten, wo sie sich tatsächlich auch melden konnten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das sind prekäre Lebenssituationen, das sind Schwierigkeiten, besonders für Menschen, die zum Beispiel, Thema Migration, nach Deutschland migrieren. Also emigrieren, beziehungsweise vielleicht auch Geflüchtete sind, beziehungsweise auch, wenn wir dann nochmal auch in diese Richtung gucken, was ist denn mit Staatsangehörigkeit? Wer hat denn welche Chancen hier im Land? Mein Mann ist mittlerweile glücklicherweise deutscher Staatsbürger, hat aber ewig dafür gebraucht, dort hinzukommen. Und dieses System, unser System in Deutschland und auch, wie es kommuniziert wird, ist wahnsinnig schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig für Menschen, die vielleicht auch entweder aufgrund der Bildung ein anderes Sprachverständnis haben, die aufgrund der Sprache, die sie gelernt haben als Elternsprache, da natürlich auch, sage ich mal, gewisse Hürden und Schwierigkeiten haben. Und das zieht sich ja komplett durch, das zieht sich ja dann weiter, wenn die Menschen es mal hierher geschafft haben oder sich irgendwo, sage ich mal, etabliert haben. Was passiert denn dann tatsächlich in Unternehmen, in denen sie sich bewerben? Wie wird intern kommuniziert, dass wirklich auch alle Menschen mitgenommen werden und angesprochen werden? So, das sind die Punkte. Ich meine, das ist wirklich, und ich sage mal, hier unten, ganz am Ende hier steht, da steht und weitere. Wenn wir uns Vielfalt wirklich angucken, da gucken wir auf die Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven und müssen dann vor allem auch verstehen, wer hat denn welche Vorteile, wer hat denn die Macht, wer hat denn wirklich auch, sage ich mal, gewisse Privilegien in der Gesellschaft und wer hat vielleicht auch größere Schwierigkeiten. Und das immer wieder zu reflektieren und einfach da drauf zu schauen, wer das verstanden hat. Ich weiß, der Weg ist nicht ganz einfach, aber es lohnt sich. Und es gibt eben auch ExpertInnen, die genau dabei unterstützen, wie zum Beispiel ich oder eben auch die anderen, teilweise die anderen SpeakerInnen, die heute hier sind, um genau auch Vielfalt in Gänze nachvollziehen zu können und sich vor allem dann auch das im Unternehmen zu 100% nutzbar zu machen. Weil darin liegt wirklich die Kraft. Und ich meine, es hatte auch, glaube ich, in dieser World Cloud, hatte das auch jemand geschrieben, dass es Kraft bedeutet. Gerade für Unternehmen. Also wir kommen tatsächlich, auch wenn wir uns das mal angucken, nicht mehr umher. Ja, wir kommen nicht mehr davon weg. Also Vielfalt ist Teil der Gesellschaft. Das kann man, da kann man, da kann man, da kann man drüber versuchen wegzugehen, wie man möchte. Es ist Teil der Gesellschaft. Und allein, ich habe jetzt nur ein paar Kategorien hier rausgesucht. Alleine, wenn wir uns eben anschauen, wer denn in Deutschland eine Migrationsbiografie hat. Das ist mehr als ein Viertel der Menschen. Das heißt Personen, die entweder selber nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden. Dann darüber hinaus, wenn wir das Thema Religion anschauen, knapp, beziehungsweise knapp 10%, beziehungsweise 8% sind nicht Teil der dominierenden christlichen Religionen in Deutschland. Beziehungsweise auch Thema LGBTQIA+, komme ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Oder aber auch, wenn wir uns das Thema Behinderung, hier ist jetzt nur die Schwerbehinderung. Es gibt auch Menschen, die mit leichten Behinderungen leben, beziehungsweise chronischen Erkrankungen leben, beziehungsweise die meisten Behinderungen, wissen auch viele nicht, werden erst im Lebensverlauf erworben. Die Menschen kommen, die Mehrheit kommt nicht mit einer Behinderung auf die Welt, sondern sie wird im Lebensverlauf erworben. Das heißt, es gibt noch ganz, ganz viele, die jetzt einfach, die jetzt schon sozusagen um uns herum sind, aber noch keine Behinderung haben, aber sie irgendwann leider bekommen werden. Und Thema Neurodiversität heißt zum Beispiel ADHS, Autismus ist etwas, genau dieses, also neurodivergente Spektrum wird komplett missachtet mittlerweile, also bislang. Und wenn wir uns aber anschauen, es gibt für Deutschland leider keine Zahlen, also weil es eben auch noch nicht so thematisiert wird. Man geht von ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung aus, die mit einer Neurodiversität leben. Und da können teilweise eine Freundin von mir zum Beispiel, die lebt mit Autismus, kann ganz normal ihren Arbeitsalltag auch bestreiten, hat aber gewisse Bedürfnisse, wie zum Beispiel Lichtverhältnisse, weil sie sehr leicht einfach durch Lichtverhältnisse irritiert wird. Kann man ganz einfach beheben. Sie hat sich aber dann in einem Unternehmen beworben, die gesagt haben, naja, also das kriegen wir jetzt hier nicht hin, ein anderes Licht zu machen. Und ich mir denke so, also das sind Kleinigkeiten, wo ich sage, aber da gehen ganz viele Talente tatsächlich flöten und ihr arbeitet oder viele von euch arbeiten eben auch im Personalbereich. Wo ich sage, das sind Kleinigkeiten, die man gut hinbekommt, wenn man es aber auch kommuniziert. Wenn man auch die Offenheit in einem Unternehmen so gestaltet, dass auch die Menschen, die jetzt hier genannt werden oder die eben Vielfaltsmerkmale mitbringen. Und am Ende des Tages sage ich, Vielfalt geht uns alle was an. Weil wenn wir genau hingucken, bringt jede Person irgendeine Form von einem, sage ich mal, von diesem großen Vielfaltskuchen, bringt jede Person ein Stückchen, mindestens ein Stückchen mit. Und das eben auch intern so hinzubekommen in der Kommunikation, dass die Leute auch genau diese Bedürfnisse äußern können und nicht irgendwie den ganzen Tag so da sitzen müssen und dann zwei Monate später wieder weg sind, weil sie es einfach physisch nicht schaffen, ihren Arbeitsalltag zu bestreiten. Und wenn wir uns das vor allem, ich habe das jetzt, also wenn wir mal in die Zukunft schauen, das ist jetzt nur Thema Regenbogen, nenne ich es jetzt mal. Wenn wir uns anschauen, wie sich auch die Generationen verändern. Wir haben hier unten einmal die Babyboomers, also 46 bis 64 geboren. Ich frage jetzt nicht ab, wer zu welcher Generation gehört, keine Angst. Und ganz oben haben wir die Generation Z, 97 und später geboren. Und ihr seht, das ist jetzt leider, ich hoffe die Kontraste, doch hier sind die Kontraste auf dem Bildschirm ein bisschen stärker. Ich meine, die Menschen, die jetzt hier oben sichtbar sind, ihr seht es allein an den Balken, dass die Balken deutlich größer sind. Wir haben hier vorne einmal die Transmenschen, hier vorne das, was hier rot dargestellt ist, homosexuell, bisexuell, pan, omnisexuell. Pan, omni heißt viele, heißt Menschen, sagen, mir ist das Geschlecht meines Gegenübers egal, ich verliebe mich in den Menschen. Beziehungsweise eben hier lila, asexuell. So, und die Menschen, die jetzt hier oben sichtbar sind, in der aktuellen Generation, die sich das auch einfordern und diese Sichtbarkeit auch einfordern und ihren Platz in der Gesellschaft einfordern, die gab es hier unten auch. Die haben sich nur nicht zeigen können. Beziehungsweise hatten auch teilweise nicht die Begriffe, eben um ihre Identität oder ihre Sexualität zu beschreiben. So, und da merken wir einfach, dass auch über die Generationen sich eine Veränderung ergeben hat in der Sichtbarkeit, aber auch eben durch Kommunikation. Wer hat denn die Möglichkeiten auch tatsächlich Begriffe für sich zu finden? Ich habe vor 13 Jahren bei mir festgestellt, also das Lämpchen, das mir aufgegangen ist, war, ich bin keine Frau. Dadurch, dass ich ja auch in dieser Zweigeschlechtergesellschaft aufgewachsen bin, bin ich nach dem Ausschlusskriterium gegangen, bin ich keine Frau, dann bin ich ein Mann. Habe dann lange gesagt, ich bin ein Transmann, ich bin Mann und habe aber auch gemerkt, so Mensch, der Schuh passt schon besser, aber er drückt halt auch immer noch irgendwie so ein bisschen, bis ich irgendwann für mich, weil ich es auch erstmal kennenlernen musste, weil ich den Begriff auch nicht kannte, das Konzept von Nichtbinarität verstanden habe. Das heißt, also wo ich mich heute hinstellen kann und sagen kann, ich fühle mich schon auf dem männlichen Spektrum wohl, ich mag auch mein männliches Äußeres, aber ich bin viel, viel mehr als einfach nur Mann. In mir, wer ich bin, meine Identität, meine auch, wie ich sozialisiert wurde und auch die Freiräume oder ich sag mal, ich nehme mir immer, ich nehme mir so die Goldstückchen von beiden Seiten, wo ich sage, ich kann doch einfach Dinge tun, so wie ich sie möchte. Das stehe ich halt heute ausnahmsweise, weil ich meinen Fingernägeln mal eine Pause geben wollte, nicht mit Nagellack da, aber das ist auch etwas, das habe ich mir lange verboten, sozusagen auch wirklich gewisse Attribute, gewisse Dinge auch aus unterschiedlicher Perspektive eben mitzunehmen. Und heute habe ich einfach diese Freiheit und kann auch mein authentisches Ich leben. Und das wollt ihr auch in eurem Unternehmen schaffen, dass die Menschen ihr ganzes Authentisches selbst mitbringen können, ohne sich zu verstecken, ohne jeden Sonntagabend zu Hause da zu sitzen, mit dem Nagellackentferner sich den Nagellack von den Fingernägeln zu holen, weil sie sich nicht trauen, mit dem Nagellack am nächsten Tag ins Büro zu gehen. Oder weil sie vielleicht, wenn wir beim Thema, wenn wir beim Thema Regenbogen bleiben, dass sie vielleicht am nächsten Morgen an der Kaffeemaschine, ich habe schon gesehen, ihr habt hier eine ganz tolle Barista-Ecke, dann dastehen und anstatt, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich erzählen möchte, ich war mit meinem Mann und meiner Tochter vielleicht am Wochenende am See und wir haben was Tolles gemacht, dass ich mir im Kopf immer überlegen muss, ich sage, lieber mal, ich war mit meiner Familie am See, damit bloß nicht jemand auf die Idee kommen könnte, dass ich schwul sein könnte und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die klauen den Mitarbeitenden Energie. Und wenn wir da hinkommen, durch Kommunikation, extern sowie intern, dann macht das einen riesengroßen Unterschied, wenn die Menschen sich öffnen können und das Gefühl haben, ich kann das problemlos am Arbeitsplatz sagen. Denn ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht, da geht es jetzt, sage ich mal, um ein bisschen Marketing, externe Kommunikation. Das ist eine Werbekampagne von Calvin Klein. Was die meisten Menschen sehen, ist eine hübsche Frau und ein adretter junger Mann, die da zusammen etwas süffisant auf diesem Bild posen. Was aber Menschen wie ich sehen, als Transperson, ich sehe hier ganz, ganz leicht erkennbare Narben. Ich sehe einfach für mich in diesem Bild Transrepräsentation. Und Repräsentation ist wahnsinnig wichtig. Und das ist etwas, wenn ihr so etwas nach außen kommuniziert, zum Beispiel durch Werbung, jetzt weiß ich nicht, aus welchen Branchen ihr kommt, ist das auch eine Kommunikation an eure Mitarbeitenden, zu sagen, guck mal, wir zeigen das auch nach außen hin. Das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, wo ich sage, auch die Strategien, das hier, das haben auch Transmenschen, sage ich mal, selber entwickelt. Weil sie sich das auch zugestanden oder zugetraut haben, im Unternehmen auch zu sagen, hey komm, wir machen mal eine Kampagne, wo wir zwei sichtbare Transpersonen zeigen. Und das sind auch die Möglichkeiten eben, die ihr nutzen könnt, auch durch vielfältige Talente. Auch die wirklich auch intern so zu pushen, dass sie sagen, hey, wir schaffen auch eine Möglichkeit, auch wirklich für, jetzt sage ich mal, das, was nach außen geht, oder auch für unser Unternehmenswachstum eben auch genau diese vielfältigen Perspektiven zu nutzen. Denn ich habe euch jetzt auch nochmal gerade so zum Thema Gendern etwas mitgebracht. Ich hoffe, dass das jetzt gleich mit dem Video funktioniert. Erzähl, wie ist es? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Ja, gut. Das Wetter ist ja auch herrlich. Ja, das ist schön. Was ging gestern noch? Ach, ich war nur mit ein paar Kollegen innen was trinken. Mit wem? Mit ein paar Leuten aus der Firma. Ich lobe das nicht. Hast du das gerade mit innen gesagt? Jetzt sag nicht, du bist auch Opfer von dem Genderwahn. Das ist doch total einfach. Da gewöhnt man sich so schnell dran. Das ist ein Grund, dir die Freundschaft zu kündigen. Aber was ist das denn? Nur weil ich mir Menschen in meiner Sprache inkludiere. Hier, Gendern gehört in die Tonne. Ich mache da nie mit. Ja, dann ist das so. Aber Themawechsel. Wie geht es deinem Partner? Wem? Einem Partner. Du meinst meiner Partnerin, oder? Rolle, Rolle. Ich dachte, Gendern gehört in die Tonne. Ist doch was für dich anderes. Merkst du selber, ne? Gendern gehört in die Tonne. Denn was viele nicht verstehen, wenn wir über das Thema Gendern sprechen, also quasi mehrere Geschlechter in der Kommunikation zu inkludieren, geht es nicht zwangsläufig darum, mit einem Sternchen zu schreiben. Denn jetzt, was in dem Video gerade passiert ist, für die, die es vielleicht akustisch nicht ganz verstanden haben, es haben sich zwei Menschen darüber unterhalten, was jetzt gerade so, was die Leute gemacht haben. Ja, ich war mit KollegInnen, was trinken, das eine Person gegendert hat und die andere Person, du kannst doch jetzt hier nicht diesen Gender-Warn da mitmachen. Und hat dann rückgespiegelt zu sagen, ja hey, aber wie geht es denn deinem Partner? Ja, du meinst doch meiner Partnerin. Naja, das ist auch Gendern. Also wirklich auch eben in, also nicht immer nur permanent das generische Maskulinum zu verwenden, ist Gendern. Und es gibt auch viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt sagt, gut, Gender-Sternchen muss jetzt nicht immer sein, ist auch völlig in Ordnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch neutral zu schreiben. Es gibt eine Webseite, die nennt sich geschickt-gendern.de, könnt ihr gerne mal nachschauen. Die bietet euch tatsächlich Möglichkeiten, wie man auch Begriffe ohne das Gender-Sternchen inklusiv schreiben kann. Und selbst wenn man sagt, naja gut, okay, wir gendern halt mit Sternchen und dann kommt oftmals das Argument, naja, aber dann laufen uns doch Leute weg oder gerade vielleicht die älteren Generationen, die kommen damit nicht klar. Wo ich auch sage, das ist auch ein ziemlich großes Vorurteil. Aber was man natürlich auch in der Kommunikation machen kann und egal, ob das jetzt Kommunikation nach außen ist oder ob das etwas ist, was ihr in eurem Intranet macht oder in eurer internen Kommunikation, in Newslettern und so weiter und so fort, ist, jetzt komme ich hier, ah ja genau, wir gehen gleich auch nochmal zurück auf die andere, ist, dass ihr einfach sagt, gut, wir mischen halt tatsächlich, wir haben jetzt, ich habe hier so einen schlechten Spruch mal rausgehauen, wir verbinden das mit einem Bild. Wir verbinden das mit einem Bild, wo wir sagen, naja gut, unser Versprechen und unsere KundInnen, wir finden garantiert die richtige Bank für sie. Und man nimmt dann ein Bild, wo man dann tatsächlich auch ältere Personen mit inkludiert und sagt, naja gut, wir können ja einfach auch durch Bildsprache so viel repräsentieren und so viel möglich machen. Auch zum Beispiel eben unterschiedliche kulturelle Hintergründe zeigen, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Körper, unterschiedliche eben auch tatsächlich auch mal Menschen mit einer sichtbaren Behinderung zu zeigen. So, das sind alles Möglichkeiten, wie man Kommunikation nutzen kann. Es geht ja nicht immer nur um die Sprache, sondern es geht ja eben auch um die bildlichen Möglichkeiten. Und wenn wir dann nochmal quasi von den Älteren zu den Jüngeren springen, ist es auch so, wenn wir gerade die Generation Z anschauen und ihre Werte anschauen, wie fordern das ein? Wie fordern das ganz, ganz klar ein, dass sie zum Beispiel eben auch Produkte, wenn es jetzt ums Marketing geht, Produkte eher konsumieren, wenn sie mit Vielfalt beworben wurden. Und aber auch vor allem verstehen, was Jenny vorhin angesprochen hat, nämlich das Thema Pinkwashing. Also, dass quasi nur für den Pride-Monat jetzt die Regenbogenflaggen rausgehangen werden und dann aber ganz schnell, sobald der Juni vorbei ist, so schnell wie es nur geht, wieder eingerollt werden und das restliche Jahr über nichts dergleichen passiert. Die verstehen das und die haben einen, also ich habe hier ein Zitat mitgebracht, die haben einen eingebauten Bullshit-Detektor, diese Generation, die das ganz schnell hinbekommen und dann vor allem aber auch ganz schnell untereinander kommunizieren, dass es gewisse Unternehmen gibt, die halt man jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt ansteuern sollte. Und nicht nur, was die Produkte angeht, sondern auch, was eben vielleicht, wo möchte ich arbeiten? Wo möchte ich dazugehören? Und wenn wir, nämlich auch tatsächlich auch, wenn wir jetzt nochmal in die Sprache gehen, in die Schriftsprache, da gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge anders und wirklich inklusiver auch zu kommunizieren. Dass wir zum Beispiel, ich meine vielfach, wenn wir auch jetzt mal auf unterschiedliche Kulturen gehen, nicht alle Menschen feiern Weihnachten. Selbst in Deutsch, also Menschen, die hier in unseren Breitengraden sozialisiert wurden, und nicht alle Menschen feiern Weihnachten. Warum kann man das große Fest am Ende des Jahres nicht Jahresabschlussfeiern nennen? Zum Beispiel, gibt es auch andere, sage ich mal, schnittige Begriffe, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder auch, dass man Dinge versucht, anstatt jetzt einen Herrenduft, dass man versucht, sie einfach anders zu beschreiben, durch Adjektive zu beschreiben. Beziehungsweise eben auch natürlich, wo ich sage, Thema, wir hatten es vorhin, also ich habe es vorhin auf dieser Plakatwand gesehen, auch Pronomen. Macht eure Pronomen sichtbar. Was ist das große Problem daran? Wir arbeiten oftmals, oder viele von euch arbeiten wahrscheinlich auch in internationalen Kontexten oder mit Menschen, deren Vornamen ihr noch nie gehört habt. Oder was ist denn mit einer Person, die Kai oder René heißt? Wo wir auch nicht, die Namen auch nicht zwangsläufig immer männlich oder weiblich erkennbar sind. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, entweder im Slack-Kanal oder in der E-Mail-Kommunikation schreiben wir unsere Pronomen dran. Oder auch hier, ich meine, das Erste, was ich gerade gemacht habe, war mir einen Stift rauszuholen, meine Pronomen auf mein Schildchen zu schreiben. Auch bei großen Meetings legt Pronomensticker hin. Dass wir sicherstellen können, dass wir uns eben in der Sprache unter unseren KollegInnen eben auch adäquat ansprechen. Und nicht zwangsläufig immer nur von der, sage ich mal, äußeren Maske darauf schließen, wie die Menschen eben auch, wie gesagt, angesprochen werden möchten. Auch das ist ein Ding, wo ich sage, wenn ihr euch klar positioniert und auch wenn es darum geht, jetzt mal angenommen, momentan passiert sehr, sehr viel in der Welt. Es ist sehr, sehr dynamisch, politisch sehr, sehr dynamisch. Menschen werden angegriffen, Menschengruppen werden angegriffen, Religionen werden angegriffen, queere Menschen werden angegriffen. Auch sich in solchen Momenten als Unternehmen zu positionieren und zu sagen, entweder intern, wir schicken eine Message raus, weil jetzt gerade irgendwo, keine Ahnung, eine Synagoge angegriffen wurde. Wir stellen uns solidarisch mit unseren jüdischen Mitarbeitenden und schreiben einfach einmal über unsere internen Kommunikationskanäle, Leute, wir haben das mitbekommen, es tut uns wahnsinnig leid, was können wir für euch tun? Auch in solchen Momenten, auch wirklich klar intern zu kommunizieren, wir haben das auf dem Schirm, wir haben mitbekommen, dass da was passiert ist und wir als Unternehmen, wir stehen hinter euch. Solche Dinge sind wahnsinnig wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig, Position einzunehmen. Auch dann das, was nach außen geht. Wo ich auch sage, zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Social-Media-Kanäle habt, mal angenommen, der Ramadan ist vorbei, macht einen Post, Eid Mubarak, wirklich auch für eure Mitarbeitenden und auch nach außen hin für eure KundInnen zu zeigen, hey, wir haben auch Dinge mit auf dem Schirm, die jetzt nicht nur weiß, deutsch, mitteleuropäisch sind. Weil das ist eben Teil unserer Gesellschaft mittlerweile. Und das ist auch schön, dass das Teil unserer Gesellschaft ist. Und das sind Dinge, die wirklich Kommunikation ganz, ganz klar beeinflussen, ganz auch stark machen, wenn ihr eben auch wirklich Menschen, nicht nur die vielleicht genauso sind wie ihr, würde ich jetzt nicht mal davon ausgehen, dass jetzt alle quasi hier nur, ich sage mal, im südlichen Deutschland sozialisiert wurden, hier aufgewachsen sind und so weiter und so fort, aber dass ihr einfach auch das nutzt und die Möglichkeiten auch für euch dann diese Dinge kennenzulernen und auch mal mitzubekommen, so hey, was ist denn der Ramadan überhaupt? Was steckt denn dahinter? Und wie können wir das vielleicht auch intern tatsächlich einbetten? Und vor allem auch solche Termine auf dem Schirm zu haben, dass nämlich diese große Jahresfeier vielleicht nicht genau in diesem Monat liegt. Und das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich sage, die Leute laufen euch nämlich teilweise sonst weg. Mehr als ein Drittel. Das ist eine Umfrage hier von Edelman Trust, die gesagt hat, also ein Drittel der Mitarbeitenden hat schon gesagt, ich habe ein Unternehmen schon mal verlassen, weil es sich nicht klar zu einem politischen Thema positioniert hat. Das sind Leute, die euch weglaufen, wenn ihr eben diese Kommunikation nicht anstrebt. Und das sind natürlich wiederum Kosten. Wir wissen, jede Kündigung kostet roundabout ein Jahresgehalt und das könnt ihr euch sparen. Nämlich das Thema, wo ich auch immer wieder sage, diverse Teams, wenn wir auch wirklich Diversität im Team fördern, auch durch eben die Kommunikation. Ihr habt nur Vorteile davon, ihr könnt nur gewinnen. Also höhere Mitarbeitendenzufriedenheit, Produktivität wird gesteigert, weil wir bringen ja auch vielfältige Perspektiven mit in den Arbeitsalltag, aber die können wir nur, also dieses Potential sozusagen oder diese Superkräfte können wir auch nur freisetzen, wenn wir wirklich auch gesehen werden und wenn wir auch wirklich dazugehören und das Gefühl haben, dass auch diese Perspektiven gewollt sind. Und die Kommunikationsansätze werden natürlich auch diverser und vielfältiger, wenn auch die Menschen wirklich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Möglichkeiten haben, sich zu zeigen. Und ich sage auch immer wieder, ich habe es auch vorhin in dieser Wordcloud gesehen, alle sind willkommen. Willkommen sein ist schön, dazugehören ist aber noch viel, viel besser. Denn ich kriege das viel mit, auch eben mit Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die sagen so, hey, ja, es können ja alle kommen, die sind ja alle, wir wollen ja, dass die kommen. Aber die internen Strukturen sind dafür überhaupt nicht gemacht. Die internen Strukturen geben es nicht her, dass die Leute tatsächlich eben auch dazugehören können. Und da muss man dann an einzelnen Stellsträubchen kleine Dinge verändern, kleine Dinge irgendwo auch, ich sage mal, auch, sagen wir mal, anstoßen, antreten. Und am Ende des Tages, ja, es ist Arbeit. Es ist erst mal wirklich auch ein Schritt, der erfolgen muss. Es kostet teilweise ja auch mal Geld, ja, sage ich auch ganz klar. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich am Ende des Tages, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Fachkräftemangel auch irgendwie, sage ich mal, ein Thema haben. Sind wahrscheinlich so die einen oder anderen. Und das ist einfach was, wo ich sage, auch das, was dahinter steht, auch wenn ihr euch, auch der Fachkräftemangel in dem Sinne, was macht das denn mit euren Mitarbeitenden? Auch was zum Beispiel nicht nur die Arbeitsmoral angeht, sondern was auch die Gesundheit angeht. Als Arbeitgebende, also Arbeitgebende sind dazu verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo die Gesundheit nicht nur, nicht, sage ich mal, geschädigt wird, sondern wo die Gesundheit gefördert ist. Und das ist etwas, auch Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verhindern. Oder auch wirklich die Möglichkeiten, sich wirklich auch da tatsächlich auch wirklich zu entfalten. Das ist alles gesundheitsfördernd und die Leute haben mehr Bock. Die haben mehr Bock, zu eurem, also zu euch an den Arbeitsplatz zu kommen, KollegInnen zu sein und so weiter und so fort. Und auch, wenn wir uns nochmal genau die Zahlen anschauen, wenn jetzt hier Leute, sage ich mal, eher aus dem Management-Level da sind und ich sage auch am Ende des Tages, wer Diversity, wer bei uns ein Diversity-Training bucht, mir ist die Motivation erstmal Wurst. Ob das eine intrinsische Motivation ist, ich möchte was Tolles für meine Mitarbeitenden machen oder ob das wirklich am Ende darum geht, zu sagen, ja, ich möchte, dass meine Zahlen nach oben gehen, ist mir am Anfang erstmal Wurst. Weil die ethische Perspektive, die kommt dann irgendwann along the path sowieso noch mit dazu. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, also divers besetzte Management-Etage und das sind Studien aus den USA, wo es nur um die Gleichstellung von Frauen und von Menschen of Color geht. Das heißt sozusagen so eine 2D, also zwei Dimensionen-Strategie. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn wir eine 4, 5, 6, 7D-Strategie fahren und wirklich einfach Vielfalt in Gänze betrachten. Wir sehen bei dieser 2D-Strategie, Umsatzsteigerungen 19%, tiefgründige Auseinandersetzungen, wo es wirklich nochmal darum geht, auch die, sagen wir mal, die Management-Etage auch ganz klar so zu besetzen. Nochmal Umsatzsteigerung. Neue Märkte, die erschlossen werden. Als aber auch, natürlich, wo ich sage, die, das Geld, was ihr reinsteckt, auch in Diversity, das sage ich, glaube ich, auf der nächsten Slide. Ihr habt eine 110-prozentige Return Rate. Das Geld kommt zu 100% wieder und das verstehen momentan eben Unternehmen nicht, dass das, das momentan Diversity und eine Diversity-Strategie zu entwickeln. Ich sage immer, eine Keynote als Anfang ist schon mal super, Akzente setzen, Impulse setzen, aber wirklich das mit einer Strategie zu machen, damit das nicht sofort wieder nach zwei Monaten verpufft, sondern wirklich Hand und Fuß hat. Das kostet Geld, ja. Aber das Geld kommt zu 100% wieder rein und es gibt momentan keinen Wirtschaftsbereich, der besser, also in den besser investiert ist, als tatsächlich in Diversity zu investieren. Und das eben auch, wie gesagt, es gibt ExpertInnen, und es kann, also die euch dabei helfen und es kann eben auch zu Unbequemlichkeiten kommen, wenn man sich dann mit, da auch konfrontiert seht, ja huch, wir haben halt vielleicht hier so die ein oder andere Sache falsch gemacht. Das ist aber okay. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und das ist auch völlig in Ordnung und das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess Begleitung zu bekommen und eben auch Unterstützung zu bekommen, kann am Ende des Tages, wie gesagt, ich sag mal, Welten bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass vielleicht einfach auch Menschen aus anderen Regionen der Welt zu euch ins Unternehmen kommen und sagen, ja, ich hab genau Bock, genau für euch zu arbeiten. Wie ihr sowas machen könnt, als kleiner Ansatz, und dann bin ich nämlich auch gleich am Ende, ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, ich hab auch überall Flyer ausgelegt, aber wer jetzt keinen Flyer zur Hand hat, mein Unternehmen und ich, wir bieten die Diversity Masterclass an, das ist ein achtwöchiges Programm mit zwei Stunden Workshop pro Woche plus Vorbereitung und Nachbereitung, wo ihr einfach erstmal einen Einblick bekommt, in wie funktioniert denn Diversity, was ist Diversity überhaupt, welche Dimensionen gibt es, und wir tauchen dann in die fünf, also in fünf Kerndimensionen wirklich auch mit ExpertInnen ein, um eben auch klar zu machen, was steckt denn hinter barrierefreier Unternehmenskultur, wie kann ich denn Antirassismus am Arbeitsplatz fördern, und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ihr da Interesse habt, freue ich mich, wir starten mit der nächsten Masterclass am 21.09. und ihr könnt natürlich auch gerne dazu heute im Tagesverlauf Fragen stellen, oder jetzt, wenn ihr möchtet, auch gerne noch eure Fragen loswerden, denn ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für Q&A. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Hat denn jemand eine Frage? Bitte. Ich sage mal so, was wir auch mit unseren Trainings machen, ist, dass wir natürlich auch schauen müssen, so ein bisschen Bildungshintergründe, also wer hat denn überhaupt den Chance, die Chance Bildung zu bekommen, wer hat denn überhaupt die Chance, Qualifikationen zu bekommen, und wie können wir vielleicht aber auch als Unternehmen Qualifikationen fördern? Eben auch durch Mentoringprogramme, oder vielleicht auch eben, dass wir schauen, dass wir Leute einstellen, die vielleicht nicht den geradesten Lebenslauf haben, die aber vielleicht in dem Bereich eine, sage ich mal, praktische Qualifikation mitbringen. Denn ich meine, wir in Deutschland, wir sind leider sehr, sehr geil auf Zertifikate und Zeugnisse. So, das ist, ich glaube, da muss ich euch nichts vormachen, aber da auch mal dahinter zu schauen. Was ist denn wirklich mit einer Person, die vielleicht aus einem anderen Land kommt, deren Abschluss hier nicht anerkannt ist, oder die vielleicht sagt, na gut, haben wir halt solche Programme, haben wir bei uns nicht, aber ich weiß doch, wie die Programmierung von, ich bin kein Computermensch, tut mir leid, aber wie sowas, du bist, glaube ich, so ein Computermensch, habe ich vorhin auf deinem Schildchen gesehen, kann das sein? Also im Bereich Design, ja, weiß ich nicht. Haben wir, habe so ein Programm nicht bei uns gehabt, aber ich weiß doch, wie das geht. Ich habe mir das selber beigebracht. Auch auf sowas zu setzen und auch wirklich solche Menschen wirklich auch einzuholen, also sich reinzuholen, weil die vielleicht auch noch mal ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten mitbringen, die die Leute, die halt hier in München irgendwie ihr Studium gemacht haben und alle das Gleiche gelernt haben, in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht sehen. Und auch wirklich in solchen, also solche Perspektiven einzuladen. Und gerade auch, ich bin immer Freund davon, auch zu sagen, top down, also wirklich auch in der Management-Ebene, anfangen, Thema Diversity auch wirklich zu verbreiten und auch wirklich auch zu sagen, so hey, ihr müsst das auch natürlich dann nach unten sozusagen verkaufen. Aber noch besser ist, wenn es zweigleisig läuft, dass ihr sagt, gut, Management, aber wir fördern auch zum Beispiel Employment Resource Groups, also halt zum Beispiel queere Netzwerke oder Frauennetzwerke oder Netzwerke von Menschen of Color im Unternehmen. Aber wir sondern das nicht an die aus. So die können sich ja drum kümmern, Thema Diversity, die kriegen 5000 Euro für ein Event im Jahr und dann haben wir ja unser Ding gemacht. So funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, wenn das parallel läuft, das ist am besten, oder ist mit einer der, sagen wir mal, der Wege zum Erfolg. Weitere Fragen? Ihr müsst nicht schüchtern sein. Bitteschön. Du hast ja vorher angesprochen, dass vor allem Strukturen geschaffen werden, dass das unser Leben mit Sicherheit gibt, um zu öffnen. Was kann ich denn noch tun, um individuell diesen Menschen auch nun zu geben? Zum Beispiel vorhin dieses Gewährungsgespräch, was du angesprochen hast, war das von Anfang an transparent. Es wurde von Anfang an auch dazu gesprochen, dass man sagt, ich habe ein bisschen gewöhnt, diese Welt, wir zusammenarbeiten. Also wie kann ich da noch für mehr Nutzung auch an der Person selbst? Ich mache es an einem Beispiel fest. Ein Beispiel zum Beispiel, also mal angenommen, du bist HR-Manager in Unternehmen XY und heißt jetzt Kai Müller, ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, aber du bist jetzt, okay, du bist Kai Fischer und du schreibst Kai Fischer, er ihn in deine, also du schreibst deine Pronomen klar sichtbar in deine E-Mail-Signatur. Jetzt bewerbe ich mich als Transperson bei dir im Unternehmen und habe vielleicht eine Qualifikation, die ich damals noch unter altem Namen gemacht habe, die super wäre für die Stelle, aber ich mich nicht traue oder nicht möchte oder vielleicht auch nicht das Geld habe, nochmal 100 Euro für ein Zertifikat auszugeben, weil das wird halt leider verlangt, dass meistens, wenn man sich Zeugnisse neu ausdrucken lässt, das Geld kostet und bewerbe mich bei dir und ich sehe halt die Pronomen in deiner Signatur. Das signalisiert mir als Transperson erstmal so, huch, da ist ja eine Auseinandersetzung gewesen, da hat jemand schon mal irgendwie über dieses Thema irgendwie nachgedacht, geschlechtliche Vielfalt und das Pronomen zu kommunizieren vielleicht wichtig sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dir das Zertifikat oder das Zeugnis mit meinem alten Namen vor die Nase lege, ist deutlich höher, wenn ich deine Pronomen in der Signatur sehe, als wenn nicht. Das sind wirklich Kleinigkeiten, kommunikative Kleinigkeiten, die das möglich machen oder dass du im Bewerbungsgespräch direkt erster Satz, hallo, ich bin Kai Fischer und wir in unserem Unternehmen, wir feiern die Vielfalt und wir wünschen uns vielfältige Perspektiven, wenn du dahingehend irgendwas mitbringen kannst, kannst du dich hier frei äußern, wir begrüßen sowas. Das sind alles Möglichkeiten, die Räume dafür zu öffnen oder wenn ich auf dem Flur schon eine Regenbogenfahne sehe oder keine Ahnung, wenn ich auf eurer LinkedIn-Page, weil die meisten gucken sich ja dann erstmal an, wer ist denn da im Unternehmen? Das ist ja auch was, wo ich sage, Vielfältigkeit und vielfältige Menschen bewerben sich viel häufiger, wenn sie auch die Vielfalt sehen. Wer ist denn bei euch tatsächlich in der Personenliste bei LinkedIn zu sehen? Sind das nur weiße Menschen, die ich als männlich wahrnehmen würde oder ist da tatsächlich auch schon alleine optisch Vielfalt da? Jetzt sehe ich bei einem Headshot natürlich nicht, ob die Person im Rollstuhl sitzt. So what? Aber dann könnt ihr ja als Unternehmensseite, auf eurer Unternehmensseite, mal ein Teamfoto posten, wo man dann tatsächlich vielleicht die Person im Rollstuhl sieht. Das sind Dinge, wo ich sage, da könnt ihr Vielfalt alleine durch kleine Bildsprache, durch kleine Dinge auch verändern und dadurch auch den Raum öffnen, dass die Menschen sich auch dahingehend auch tatsächlich so zeigen, wie sie sind. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja, bitte. Sehr gerne. Sehr gerne. Wie genau könnte man die Barriere durchsprechen und die Angst minimieren, wirklich jemanden mit Behinderung oder Diversität wirklich sichtbar zu machen? Also ich stöte jedes Mal an diese Grenze und Angst. Du meinst jetzt also als Unternehmen das sichtbar machen oder für dich als Person? Auf beiden Seiten. Ich will einfach mal, also ich meine ganz klar, ich meine die, also was mir auch oder was in den meisten, ich sage mal, egal ob das jetzt Unternehmen sind, ob das TV-Formate sind, egal was es ist, wir sehen selten sichtbare Behinderungen. So, da fängt es mal an. Und was ist aber vor allem mit den ganz vielen unsichtbaren Behinderungen? Davon gibt es noch viel, viel mehr. So, und diese Dinge auch ganz klar anzugehen und auch für Unternehmen erstmal wirklich auch, ich sage mal, in die Auseinandersetzung zu gehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht nur zu gucken, haben wir eine barrierefreie Toilette und haben wir vielleicht einen Aufzug in den fünften Stock in unser Büro, sondern wirklich zu gucken, was gehört denn zum Thema, Barrieren oder zum Thema Behinderung überhaupt alles dazu? Weil ich glaube, die meisten haben davon wenig Ahnung. Bei mir genauso. Es ist nicht mein Schwerpunktthema im Bereich Diversity, aber dann ziehe ich mir die Expertise ran. Dann hole ich mir eben auch die Expertise und ich denke auch, die Auseinandersetzung mit dem Thema, oder ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, aber je mehr sich eben auch Unternehmen damit auseinandersetzen, egal welche Vielfallsdimension es ist, desto geringer werden die Ängste, werden die Unsicherheiten und vielleicht auch die Angst, etwas falsch zu machen. Und deswegen ist auch für mich immer wieder, wo ich sage, also Justice through Education, also Gerechtigkeit durch Bildung, wir müssen wirklich auch die Menschen sichtbar machen, also die Lebensrealitäten sichtbar machen. Ich weiß zum Beispiel auch für mich, Thema Trans, super abstraktes Thema für viele Menschen. Ich weiß auch nicht, wie es ist, in einem Körper geboren zu sein, der meiner Identität entspricht, sind wir schon mal auf einem Level. Aber dann gegenseitig sich zuzuhören, gegenseitig sich sichtbar zu machen und die Geschichten zu verstehen, machen dann auch die Lebensrealitäten greifbarer. Und so ist es eben auch, würde ich behaupten, mit dem Thema Behinderung, dass eben auch da, wenn wir den Menschen zuhören und die Bedürfnisse zuhören, auch da die Unsicherheiten und Ängste natürlich auch reduziert werden und das natürlich auch dann sich in der Kommunikation widerspiegelt, sodass dann eben auch die Menschen mit Behinderung vielleicht auch weniger Angst haben, sich zu dem Thema zu äußern oder vielleicht auch nochmal klarer ihre Bedürfnisse einzufordern und nicht immer diese, aber, Entschuldigung, aber ich hätte, wäre vielleicht ganz schön, diese Bittstellung, dafür müssen wir wegkommen. Wir müssen ganz klare Möglichkeiten schaffen, dass wirklich jeder Mensch, egal mit welchem Päckchen die Person kommt, sich auch genau das einfordern kann im Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe, aber es ist eine Möglichkeit eben. Dankeschön. Danke, Max, und für deine wertvollen Impulse und auch danke für eure Fragen. Nutzt unbedingt noch die Pause, um auf Max zuzugehen und weiter darüber zu sprechen. Danke dir. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Danke. Dankeschön. 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 Vielen Dank.